Also, ich kann dich ansehen. Wo bist du? Ja, ich auch nicht. Da ist irgendwie nervig. Apropos, kannst du mir ein bisschen Gravel geben? Ah, okay. Du netter Mensch. Den brauch ich nur für unsere Tür. Ah, hast du vielleicht auch ein paar Blumen? Äh, wir müssen... Gutes Zeug. Das ist gutes Zeug, ne? Und es ist eins der billigsten Sachen. Dreck drin. Verrubelt. Mist, ich hab Rubel im Arsch. Äh, was? Oh mein Gott. Ich hab Hummeln im Hintern. Von wo hab ich das? Das hat doch irgendjemand mal gesagt. In irgendeinem Zeichentrickfilm, nicht? Zeichentrickfilm, das hört sich irgendwie so erwachsen an. Ich will nicht erwachsen sein. Äh, 16 wär ich schon gern. Aber ausziehen, ne. Da warte ich. Ja, ja, ich will mit in die WG. Okay. Wer kommt noch? Äh, ja, das wär voll dumm. Weil, weil alleine wohnen und so und dann Mutter und so. Dumm. Ich verschöner alle beide ausgänge. Wen interessiert's auf Not oder nicht aus, äh, nicht ist. Nö, hol dir noch Wolle. Ja. Oh fuck, es wird dunkel. Ja, töte es. Zerfleisches! Mein Sohn! Kann man auch falsch verstehen. Heute denk ich irgendwie zu viel zweideutig. Viel zu viel zweideutig. Viel Spaß. Ja, das kann. Aber ich weiß nicht, ob sie das mit dem Fackeltrick mit 1.8 geändert hat. Ah ne, das machen sie mit 1.9. Mit 1.9 machen sie, dass die Fackel zerstört wird. Ja. Ah, ja, dann haben sie es bei 1.8 schon. Gravel. Ja, dann keine Ahnung. Okay. Ich tu den, ich... Ja. Ich übernehme den, äh, die Workbench. Du, 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 du! Du hast die Workbench eingenommen. Willst du ihr einen Spitznamen geben? Äh, den hast du doch davor gesammelt und so. Äh, die hast du aus dem Ofen. Die waren nämlich da drin. Äh, wo soll ich die Blümchen hinpacken? Da tu ich da ein Blümchen hin und da. Ich hoffe, die wachsen. Wachst Blümchen weg? Ah, gib mir einen Pilz. Ja, einen. Jo. Warte. Hab ich Knochen? Nö. Äh, ja, ich, äh, so ein bisschen, äh, ich hab, äh, ich hab 20. Ich weiß nicht. Gut. 1, 2. Ich mach die Türen rein. Plopp. So ins Loch rein getan. Und die zweite Tür ins Loch. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann so ein Smiley so. Er went so ein Smiley. Äh. Äh, ich hab Wood. Ich hab, äh, wieso sag ich, was ich im Inventory? Und ich mach mir ein Bett. Ich will ins Bett. Oh mein Gott. Ich muss ihm mit ihm ins Bett. Nein. Drei. Jetzt hab ich null. Ich geh auf Volljagd. Ich tu mein, äh, Leben mit zwei jetzt riskieren, aber wen interessiert's? Oh, ich muss endlich mein Let's Play aufnehmen. Oh man, wieso funktioniert Fraps nicht? Ich hätte schon Millionen Let's Plays aufnehmen können. Oh, dann müssen wir. Fraps, du kannst mich mal am BIP lecken. Und damit meine ich nicht meinen Arsch. Okay, das war irgendwie ein komisches Lachen. Ich hasse meine Stimme irgendwie jetzt gerade voll. Meine Stimme ist dumm. Es sind überall Zombies, aber da hinten ist ein Schaf. Äh, ja. Und das hab ich jetzt gerade ernst genommen. Punkt, Punkt, Punkt. Gespräch wurde unterbrochen. Ah, da hinten ist ein Schaf. Und da ist ne Workbench. Hast du die etwa nicht eingesammelt? Ich hab nen Enderman. Nö. So irre bin ich nicht. Ah, ich hab vergessen, dass man blocken kann. Gott, bin ich dumm. Wehe, du denkst etwas anderes. Ohne Spinne! Schürf, 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 schürf. Ähm, ihr, äh, äh. Okay, jetzt mal ganz ernst. Ich mach das nur, um witzig zu sein. Ja. Ja. RTL. RTL News. Können wir gleich uns in die Luft jagen lassen? Schicken wir. Ey, tun wir so ein Creeper bezahlen, um zu RTL zu gehen? Du bekommst 2.000 Dollar, wenn du nach RTL gehst. Äh. Keine Ahnung. Ich hab irgendwie jetzt... Sand? Ein bisschen? Nö. Wieso? So, was willst du mit Sand? Oh. Ich wollte dir schon Gravel geben. Ich hab jetzt deine 2 Bolle. Ja. Okay. Wenn ich schon mal in der Nähe vom Sand bin. Zack. So. Nicht 3? Oder mehr? Okay, 3. So. Oh Mann, jetzt will ich einen 4. holen. Na egal. Ah, der leuchtende Eingang des Todes. Ich höre ein Zombie. Warte, ich verbessere mal das hier. Ah ne, das mach ich gleich. So. Hier ist deine Wolle. Und hier ist dein Sand. Du in den Ofen. Ich will mir einen Chicken machen. Äh, du willst du einen Chicken backen? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Warte, ich tu die Kohle rein. Wieso willst du stone backen? Ach, hier hast du noch ein Stone-Berr war da drin. Äh, ich mach mal schnell meinen Chicken. Zum Bett, äh, hast du ein Texturpack drin? Hm, ich auch nicht. Und mit schön meint er schön. Und nicht irgendwie. Endlich mal jemand, der mich versteht. Immer wenn ich Evil Chicken gesagt hab, haben die anderen das nicht gecheckt. Nee, ich hab auch ein Glas. Äh, okay. Das war irgendwie voll buggy hier gerade. Hat jedenfalls so ausgesehen. Die Kohle gehört mir. Okay, tun wir. Oh Mist, das ist voll unregelmäßig. Warte, das verändere ich. Ah, warte, hier noch ein Loch. So. So. Haha. Oder? Äh, hey, es ist mein Bett. Äh, raus da! Voll brutal. Äh, warte, aber wir dürfen doch nicht an Wänden schlafen. Das ist doch so. Das ist witzig was. Okay. Ja. Wieso hab ich in der Nacht gesagt? Oh. Ey, guck mal, guck mal. Voll neben Käsefüßen. Haha, geil. Oh ja, das denk ich sogar sehr. Ich geh mal. Hahaha. Schieß ein paar Eier. Mit einem Ei. Wenn. Was? Hast du eine Höhle gefunden? Oh, wie viel Dings, Blumsfleisch. Ey, warte auf mich. Oh mein Gott, ein Creeper. Ah ja, da ist der Knochen da. Endlich. Ah, da sind noch. Oh, what the fuck. Creeper. Creeper. Fick dich. Oh, der wär fast explodiert. Oh, der wär. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zwei Creeper. Hau ab, hau ab. Oh mein Gott, sie springen, sie springen, sie springen runter. Ich, äh, spring ins Wasser. So kann er Schaden nehmen. Dum, dum, dum. Das ist keine Einz. Kannst du das Loch bitte zumachen, dass da explodiert ist? Oh, fuck. Stirbt, du hästiger Creeper. Oh, na toll, ich bin tot. Your home bed was missing or obstructed? Hä? Und wieso habe ich mich voll weit unter Wasser respawnt? Ey. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin mitten im Wasser. Hier ist ein riesiges Meer und hier gibt's keine Map. Ah, hier, ich sehe einen Baum. Ey, Tp, mich bitte. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was soll denn das? Wo habe ich mich denn respond, ey? Hey. WTF. Tp, Malex. Ja. Alex. Ja, wieso nicht? Lamba. Oh, Klambo. Tp, Malex. Wie heißt du? Wo bin ich? Und wieso wackele ich in dir so? Das sieht pervers aus. Warte, jetzt bin ich da. Gut. Ich hole mir meine Sachen. Oh, meine Sachen. Meine ganzen Punkte und meine ganzen Sachen und meine Punkte und meine Sachen. Und meine Punkte und meine Sachen. Hier unter Wasser. Der ist im Wasser explodiert und hat mir dann alle Sachen in die Luft gejagt. Boah. Überall am Meeresgrund ist das. Ja. Oh, nur noch ein Bläschen hatte ich. Äh, falsch verstehen und so. Ah, da. Da sind noch Sachen von mir. Das hört sich irgendwie dumm an. Da sind noch Sachen von mir. Äh, sag mal, wieso denkst du, alles, was ich sag, ist zweideutig? War es aber nicht. Nein, wollte ich nicht. Ich will endlich mal jetzt Play aufnehmen. Frobs, pick dich. Pick dich in deinen... Wee, 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 weep. Weiß ich. Das sieht aber cool aus. Lassen wir einen Pilz wachsen. Dumm. Yeah. Warte, lass den. Lass den. Oh, Mann. Aber ich lass den einen wachsen und der bleibt. Ey, man könnte sich so richtig cool ein Baumhaus bauen oder so. Äh. Äh. Wee. Fotzebock. Fotzebock. Ja, gleichzeitig Oh cool, ich hab gerade auf den Boden geklickt. Oh, ne, rote Blume, die nehm ich mit. Oh. Ja. Okay. Okay.